Herzlich Willkommen wieder zurück auf meinen Kanal. Im LS17 befinden wir uns auf der nordfriesischen Marshmap 4fach in der Version 1.4. So, wir verkaufen heute das erste Mal Kompost mit Hilfe des Cosplays. Wir fahren einfach mal die kurze Runde mit zur Verkaufsstelle und wollen dann mal gucken, ob wir wie viel wir da bekommen. 21.000 haben wir ja, da wir in der letzten Folge für fast 750.000 Schafe eingekauft haben. Sollten wir hoffen, sollten wir jetzt mal schauen, dass wir mal zügig ein bisschen was verkaufen. Da wir ja auch so einiges auf Lager schon haben an Kompost. Hab ich mir gedacht, verkaufen wir das erste Mal jetzt Kompost. Wir hatten im Preismod nachgeguckt, da haben wir jetzt gleich ein kleines Problem. Wir setzen mal ganz schnell den Wassertrailer. Hängen wir mal ganz schnell ab. Fahren mal ganz kurz hier rüber zum Anhänger. Das haut nicht mehr hin, oder? Bleibst du stehen? Du bleibst stehen. Das ist doch sehr schön. Wir setzen mal eben schnell den Anhänger hier um. Da sieht man mal, wie klein der Trecker neben den großen Barrio ist. Also ist schon wirklich bedenklich so. Wir stellen ihn wieder ein. Springen rüber zu unserem Kompostfahrer. Genau so. Und fahren mit ihm mal zu Raiffeisen. So. Wie gesagt, es macht der Cosplay. Ich mach grad gar nichts. Wir lassen ihn einfach mal mitfahren. Ja doch, ich rüber gerade meinen Kaffee, aber naja. Mal eben einen Schluck nur trinken. So. Wir lassen ihn. Ich werde hier schön im Bogen. Die Raiffeisen war ja eigentlich gerade die, die am meisten bezahlt. Genau. Sonst anderes nimmt ja kein Kompost mehr an. Mit 2600 fast. Solltet ausreichen. So. 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 Der nimmt die zweite Einfahrt. Vielen Dank. So, wir sind jetzt gleich auch dort. Wir sehen die Ladeabstelle, Abladestelle dort schon. Eigentlich wird morgens um vier ist, aber leichte Sprachprobleme. So, dann haben wir... Wollen wir mal schauen, ob er auch automatisch ablädt. Wir gehen raus. Na komm, geh doch mal hoch hier. Warum hänge ich jetzt? Ich backe. Hilfe. Hilfe, ich backe. So, und wir sehen, wir verkaufen unseren ersten Kompost. Dort wird er abgekippt und unsere Gelduhr rennt und rennt und rennt. Sie rennt, sie rennt. Wie viel Kilo waren das jetzt? Da haben wir ja ein Wagensystem. 121.000 Einnahmen. Joa, was wollen wir denn noch mehr? Passt auf, das jetzt gleich dreimal? Super, passt. Was haben wir denn noch auf Lager, was wir verkaufen könnten? Wir hätten... 307.000 Gerste. 200... Na, bist du jetzt fertig? 220, 225. Ja, 225.000... Hören wir drauf an... Raps... Ja, Raps wäre eigentlich auch im Moment nicht schlecht im Kurs. 3059 für den Bahnhof. Dö, dö. Also Sonnenblumen und so, da ist im Moment sehr schlecht. Also, die waren auch schon mal auf über 4000. Aber naja, wir haben jetzt erstmal wieder, sind ein bisschen flüssig. Dann passt das alles wieder. Wir fahren schon mal unsere Sämaschine auf Feld 2 rüber. Überlegen wir uns währenddessen schon mal welche... Welches, was wir anpflanzen. Eigentlich benötigen wir ja... Wir haben gerade gesehen, Weizen hätten wir ziemlich wenig. Raps und Gerst sagen wir ziemlich viel. Würde ich sagen, wir machen Weizen, oder nicht? Oder kann ich auch hopfen? Das ist jetzt die Frage. Wie war in der hier umschalten? Saat wählen mit Z. Ups, ey, bleibst du hier? Bleib hier, nicht erfahren. Z, oder so, ja. Gras, Hophafer. Rom, Hopfen. Ich würde sagen, wir gucken, ob wir... Wir pflanzen hier Hopfen. Wir pflanzen hier Hopfen, man, genau. Genau. So, gehen wir hier mal ab. Wir setzen ihn schon mal hier aufs Feld. So, suchen wir uns wieder nochmal einen Startpunkt. Aufgabe erledigt, wer hat die Aufgabe erledigt? Der Drescher schon? Nee, kann doch noch gar nicht. Wir gucken gleich. Äh, das holen wir mal ein bisschen raus. Klappen die Sämaschine auf. Der Drescher war es nicht mit der Aufgabe erledigt. Wir setzen die Sämaschine an. Und haben die so eigentlich ganz gut. Besitzung, genau. Wir öffnen unser Cosplay-Menü. Gehen auf... Hier fällt aber, äh, Säen und Düngen. Dann gehen wir ins Cosplay-Menü. Öffnen, fällt zwei. Wir haben eine Arbeitsbreite von sechs Meter. Er möchte bitte vom aktuellen Park... Äh, Fahrzeugposition anberechnen. Wir machen Vorgewende vier. Dann machen wir fünf Vorgewende. Lassen wir uns das mal anzeigen. Und sagen, bitte berechnen uns den Kurs. Dies dauert natürlich einen kleinen Moment. Währenddessen mal einen Schluck Kaffee. So, und da hat er dann auch schon fertig. Das sind 3842 Wegpunkte. Wir speichern das Ganze unter F2. Säen. Gehen auf Enter. Und er hat drin. Super. Wir sagen, Helfer einstellen. Wir gehen mal kurz hier in die... Verwaltung rein. Erstellen neun Ordner. Sechs Meter. Säen. Haben neun Ordner erstellt. Weil F2... ...muster rein. Dann haben wir hier mal wieder ein bisschen Ordnung. Wir können den Kurs uns ausblenden. Und wir hüpfen mal rüber und gucken mal, wer die Arbeit beendet hat. Oh, der Gras-Sammler hat die Arbeit beendet. Wir schalten... Wir entlasten den Kurs Play. Wir schalten die Maschine mal ein. Wir löschen den Kurs. Und gucken mal, wie viel hier im Endeffekt wirklich noch liegen geblieben ist. Hier bleibt immer noch ein bisschen was liegen. Aber das soll ja auch nicht allzu tragisch sein. Wir können ja auch mal ein bisschen was selber reinsammeln. Also... Allzu viel sind mit Sicherheit jetzt nicht mehr, aber... ...was hier vorne so rumliegt, das nehmen wir mal hinten mit. Das Stückchen noch und da vorne das Stück. Dann schauen wir gleich mal, wie viel Gras wir wirklich im Endeffekt schon haben. Ob sich das schon lohnt, einen neuen Cosplay aufzunehmen. Für zum Beispiel die Versorgung der Mischfutterfabrik. So, das war's. Wir heben den Pick-up, schalten die Maschine aus. Fahren zurück zum Hoflager. Und lagern das Gras mal eben ein. Wir bleiben kurz stehen. Wagenmenü öffnet sich. Wir lassen mal eben kurz durchwiegen. Gras hat er erkannt. Und das Gericht hat er auch erkannt. Das sind 7.360 Kilo. Wir kicken mit der Taste I ab. So. Wir stellen den Sammelwagen erstmal. Ja, wir stellen den erstmal hier hin. So. Na, kannst du noch was bei den Schafen reinschmeißen? Schauen wir mal. Ich glaube aber nicht mehr, ne? Tiermenü. Ah, doch. Ein bisschen was geht noch. Die erste Palette ist auch schon gespawnt. Die gucken wir uns jetzt gleich mal eben noch an. Wasser hat er aber jetzt. Ja, Wasser ist erstmal ausreichend. Das reicht für mindestens vier Tage. Der hat gar kein Gras abgekippt. Na gut. Der macht das schon. So, wir schauen mal eben kurz rüber. Wir sehen hier die erste Palette mit der erste Wolle drin. Zurzeit 61 Liter. Sehen wir unten rechts im Bild. Drei Prozent. Also können wir uns ausrechnen, wie viel im Endeffekt nachher eine Palette ist. So, unsere Sämaschine ist auch super unterwegs. Wir können mal hier wieder hier rüber gehen. So. Unser Drescher scheint jetzt gleich auch fertig zu sein. Genau, er hat die letzte Reihe. Schnapp eine Minute noch, dann sind wir damit auch durch. Soll doch alles sehr schön sein. So. So. Ja, meine lieben Freunde, ich würde eigentlich ganz gerne auch mal von euch nochmal wissen, wie ihr dazu steht. Ich würde ganz gerne die Upload-Zeit für samstags und sonntags von 10 auf, sagen wir mal, 11 Uhr anheben. Erstmal, ich denke mal, es sind dann mehr und mehr Leute auf, dass ihr auch alle in dem Sinne den gleichen Vorteil habt als Remotion um 10. Wir können ja nicht immer nur von Leuten ausgehen, die morgens früh aufstehen und in dem Sinne keine Party oder ähnliches Freitags machen. Da würde ich auch ganz gerne auf die Leute eingehen, die das machen. Da würde ich ganz gerne die Upload-Zeit für auf 11 Uhr anheben. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren was schreiben, wie ihr es findet, ob ihr es okay findet dann, ob es gut wäre, nicht gut wäre. Also, da würde ich mich dann auch so ein bisschen nach euch richten, was die Mehrheit dann sagt. Wir entlassen unseren Cosplay, öffnen den, löschen den Kurs, so. Öffnen Cosplay, rufen den Abfahrer, schließen, so. Ähm, ne, da würde ich mich mal so ein bisschen nach euch richten, was ihr davon haltet, weil es soll ja im Endeffekt für alle was sein. Und nicht nur für den einen oder anderen, der schon morgens früh aufsteht. Ich bin halt immer früh auf, ne, ich nehm grad, wir haben im Moment 4 Uhr, Patze quetschte, ich hab jetzt grad keine Uhr dabei. So, ne, ich nehm halt immer früh auf und, ähm, das ist das halt. Äh, schreibt mir einfach meine Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr es findet, ob was machen sollen, ob was nicht machen sollen. Ne, also, würde mich mal wirklich freuen, wenn ihr dann einen netten Kommentar da lassen würdet. Na, komm mal und steht ihm zurück. Dieser bremst mich von diesem Glas, ne. So, wir öffnen das, den Schneidwerkswagen, koppeln das Schneidwerk ab. Und, versuchen wir es jetzt mal anzukoppeln. Genau, so. Angekoppelt. Wir fahren mit dem Drescher Richtung Hof. So, ich wundere gerade, wo unser Pfarrer bleibt. Da ist der Vario, der ist am Van. Hm. Ja, gut, wir schauen jetzt, ah, da hinten kommt er ja auch. Wir haben schon wieder 118.000 Euro Einnahmen gehabt. Wir sind wieder, wir haben 360.000 ungefähr jetzt eingenommen von drei Touren Kompost verkaufen. Ähm, ich sag mal so, das ist doch eigentlich mal ganz gut. Halt, Abfahrer, du bleibst mal stehen. Halt. So, entlassen. Bist dann vorbeigefahren, entlassen. Fristlos. So, wir drehen mal eben hierbei. Und wir sehen halt natürlich, wenn nichts funktioniert, wegen dem Abstand. Und springen zurück in der, im Drescher rein. So. Der braucht mega lange, bis der hochgefahren ist. Ein riesen Bremsweg hat. Aber da fährt er halt einen schönen Korntank, ne. Von über 19.000 Liter. Ach, das ist das ja immer. Dann hat man da Vorteile, aber dann dauert er genauso viele Nachteile, ne. So, wir gucken, kann eben schnell ab. Dann ganz schnell ab. So. Rohr einfahren. Und dann fahren wir mit ihm Richtung Hof. So. 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 So, dann musste er jetzt aber auch mit dem Kurs fertig sein. Mit dem Verkaufskurs. Aber so, meine lieben Freunde. Diesen Wollwilds auch schon wieder für heute gewesen sein. Für den heutigen Sonntag. Zweite Folge ist jetzt auch vorbei. Wir haben einiges geschafft heute wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Wenn es euch gefallen hat. Ein Abo da lassen würdet. Und beim nächsten Mal morgen früh dann halt wieder reinschalten. Bis dorthin. Einen schönen Samstagabend noch. Und tschüss.